so hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play Star Wars Cheddar Fallen oder so ähm genau letztes mal haben wir diesen Weg freigeburnt na du hallo ja hallo ja hallo wenn du mir nix machst äh mach ich die auch hin ich wette ich muss da wieder hin gut ähm oh ja jetzt sind wir ja alle wieder da halt nicht alle ne also die haben ja mit irgendjemand letztes mal gekämpft so dann schreibe ich mal jetzt hier ein ach ja hm ach komm jetzt ich würde dich besiegen es fehlt dir an Überzeugung hierher bitte boah jetzt weiß ich aber du gehörst mir mir entkommst du nicht du wirst nicht entkommen meine Fähigkeiten sind dir überlegen ich werde dich nicht verfehlen ich werde dich nicht verfehlen hierher bitte du wirst sterben du entkommst mir nicht oh ja alter von die die ratten da 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 boah junge ich würde sagen Anti-Aggressionstherapie ist das ihr Penner hehehe boah ah der war gut der war oder ich war nur so schlecht ja ich würde sagen ich war nur so schlecht wo geht es denn hier lang okay aber da geht es noch lang okay da die grünen kann ich aber aufmachen den dann den kann ich aufbrechen wo es gibt ja jetzt noch mal ganz nach unten und den kann ich aufbrechen kann ich von hier einfach runter springen mal schauen wir werden es schnell zu ende bringen ich ich ja 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 okay hier müssen wir wieder dann müssen wir wieder Hilfst du mir mal, BD? Okay, da komme ich noch nicht rein, ne? Ne, das ist rot. Okay. Dann schaue ich mal da hinten rein. Lass mal sehen. Sehr gut. Wodtiefkerzen. Die häufigsten Aufmerkaufgabe, die zu Miktolz Grab gebracht wurden, war eine Wodtiefkerzen, die für gewöhnlich eine Gravita... ...gravitierend... ...gravitiertem Metall ungehöhlt waren. Das heißt, ihre Flammen waren ein Symbol für Miktolz. ...granzlos gemacht. Gurgh. Zuerst gern. Mein Freund, der Fund hier ist beunruhigend. Wieso ist der beunruhigend? Der Fund ist beunruhigend. Der Fund ist dürftig und kleinkariert. Hm, jojo. Okay. Okay. Dürftig und kleinkariert. Jetzt halt aber. Ähm. Na gut. Wie? Hä? Du willst mir nicht wehtun. Du hast mich eingegriffen. Idiot. Du willst mir nicht wehtun. Gut. Also. Hier ist eine Kugel natürlich kaputt. Ist ja klar. Hier muss eine hin. Und zwar die da oben. Und die muss ich kaputt machen. Und zwar. Das da. Ist das eine Kette? Oder ist das eine Säule? Ne. Das ist eine Kette. Also mit denen da dann. Und dann mit denen. Aber das ist alles rot. Das kann ich ja noch gar nicht machen. Hier komme ich her. Ja. Das ist noch rot. Hm. Genau. Damit habe ich das verbrannt. Ja. Ich ruhe mich mal aus. Klar, da kommen die ganzen. Ähm. Feinde wieder. Aber. Ich kann die jetzt. Äh. Besser ausschalten. Bin ich mal der Meinung. So. Luftangriff. Erhöht die Distanz. Hälse verlangsamen. Regeneriert macht. Das werde ich nie machen. Das werde ich sicher nicht machen. Ja. Das können wir machen. Dann. Ja. Komm. Also ein bisschen ein Disaf benutzen wir ja die ganze Zeit. Deswegen passt das schon. Das passt schon. So. So. Was. Ja. Also. Also. Ja. Okay. Ja. Okay. Doppelkill. So, das ging schon mal besser. Ähm... Dann müssen wir ganz hoch. Ich glaube, der... Ich glaube, dass wir das Rätsel ja erst lösen können, wenn wir weitergehen. Ich glaube, da bekommen wir dann die neue Macht. Hey, Biddy! Guck mal, speichern. Äh, da bekommen wir die neue Macht. Wahrscheinlich dann Pull, äh, äh, ziehen. Und... Entschuldigung. Entschuldigung. So... Sind wir hier richtig? Nee, 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 wir gehen gerade den Fall. Ich muss, äh... Ah, Mann. Ja, stimmt. Ich muss wieder da, ähm... Kann ich hier nicht zurück, doch. Wieso kann ich hier nicht zurück, das ist ja dämlich. Na gut. Da gehe ich halt... den langen Weg. Das wird denen nicht. Ähm... So... Genau, ich muss wieder an den Doppelsperts-Typ vorbei. Okay. Den... Todes-Truppler. Hier tue ich nichts. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Ich brauche Hilfe. Ach ja, okay. Oh, der wird zu Tag. Hä? Ich bin... Ich bin... Äh... Ich bin... Pfeffer! Gut. Also... Wieder hierhin. Damdadam, dadadam, dadam, dadada... Warte! ja hier haben wir alles gesehen kommt jetzt wieder der Todes-Truppler? ich glaube nicht nee gut da-da-da-da-da-da-da-da-da-da soo dann hier ich krieg dich den hab ich ja schon wieder voll vergessen wieso steht der hier? wow voll die schöne graue schlapprige Scheiße hier schön so das da haben wir bekommen achso juhuhuhu aufzug bitte ping danke so ne ich wollte die die Pflanze doch nicht töten aber die kommt ja wieder ja dann dann ähm ich wollte grad sein das ist ein bisschen knapp hier so so ah ja wieder juhu oh hi du hast wohl den Arsch offen hier würdest du mir einen Stimm zu werfen großartiges Timing ja großartig so jetzt habe ich nur noch eins für den Luder hinten ganz ehrlich, warum steht der da die ganze Seite und die Ratten kommen erst raus wenn ich da bin so hui ja von wie in da dafür wirst du bezahlen Der darf erstmal die ganzen Ratten in den Block machen. Kein Schmerz wird mich aushalten. Naja, doch, doch, doch. Die machen mich ein bisschen aggressiv. Oh je. Oh nein, nein. Hey. Oh. Du warst eine Schande. Oh nein. Mein Hilfag ist das total daneben. Wegen des Lebens. Du bist wirklich eine dürftige Entschuldigung für einen Soldaten. Hey, habt ihr das gesehen? Hey, seht mir mal an. Jedi, Information. Ziehe mich zurück. Auf ihn! Sofort! Woho, er zittert! Wie? Wchen. Da ist auf ihn! Wchen. Geht her. Der hat ihn aus. Was ist das zu beschreiben? Wchen. Wchen, wchen? Wchen. Wchen, wchen. Okay, also allein, also die Ansprache war legendär. Die war richtig geil. So, okay, da komm ich auch erst raus, wenn ich die Macht gelernt hab. Ich freu mich drauf, ich freu mich drauf. Ich hab mich drauf gehört, schon muss ja. Gut, ähm. So, ist hier irgendwas? Na, wahrscheinlich. So, da müssen wir irgendwie, ah, müssen wir irgendwie schauen. Dass wir die, ähm, das Artefakt wieder bekommen. Machen wir mal aus. So. Ah, wieder quetschig, quetschig. Wieso machen die das eigentlich? Also, die, die Programmierer haben anscheinend, äh, die ganzen, äh, die ganzen, ähm, Rutschen gefeiert. Und, äh, die ganzen, ähm, engen Durchgänge. Die sind hier überall. Oh, Mann. Ja, warum denn nicht? Ne? Äh, das war ziemlich unpraktisch, äh, ähm. Uh, was, äh, was ist das? Ist das Geld von denen? So Opfergraben? Könnte sein. Und das da ist dann der Sarkophag. Alter. Ich habe beim Untersuchen des Sarkophags etwas bemerkt. Es ist ein sehr guter Ort, um Quellgeister loszuwerden. Du hast mich hergelockt. War das immer dein Plan? Du bist so dumm wie ein Schrottsammler. Ich bin einer. Gehe in Stellung. Meine Güte. Raus da! Er hat mich erwischt. Ich, ich, ich! Fäfft ihn endlich! Ha! Ah! Position halten. Greif ihn an! Schnell! Du kannst uns nicht besiegen. Ziel ist mobil. Bleib bloß vorsichtig. Noch einen Stimpf! Gönnt ihm keine Ruhe. Ich fange jeden Schlag ab. Du wirst fallen. Ich werde es genießen. Das gab's noch nie. BD, Sim. BD, hier. Vergiss es. Nö. Ja, hab ich. Au. Mit dir geht's bergab. Ich kriege dich. Oh, ui. Na, 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 na. Ah, jetzt kommt der Pull. Oder ich mach mir ein neues Strich. Pull. Pull. Wie geht's? Jawohl. Wo ist die Macht? Überall. Sie ist in mir. Sie umgibt mich. Ganz richtig. Sie verbindet dich. Manchmal werden dich Gefühle, Schmerz oder Erschöpfung täuschen. Denn du wirst dich getrennt fühlen, isoliert. Es ist eine Illusion. Dein Lichtschwert liegt dir, außer Reichweite. Aber durch die Macht bleibst du mit ihm verbunden. Spüre die Energie um dich herum. Und dann rufe deine Waffe. Magnet. Die Macht ist in dir. Um dich herum. Verbinde dich mit deiner Waffe. Lass dich durch nichts ablenken. Die Macht ist mit mir. Sie verbindet uns. Wieso? Ja, ich glaub schon. Wieso haben die das Magnet genannt? Das ist ja voll bescheuert. Naja, egal. Oh, yeah. Nice. So. Magnet gelernt. Also eigentlich Force Pull oder, ähm, ja, auf Deutsch, äh, Macht ziehen. Oh, oh. Ah, 302. Easy. Du lebst noch. Wolltest du das nicht? Zum Glück. Berücksichtige ich alle Eventualitäten. Wow. Option 1, er stirbt. Option 2, er stirbt nicht. Gut. Sie ist ein wahrer Stratege. Yeah. Okay, okay. Ja. Ja, 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 ja. Uh, nice. Okay. Also. Das haben wir. Dann hier ein mächtiger Schub mit den Gegnergruppen durch die Luft schleudern und große Gegner zu Boden werfen kann. Halte 2. Mhm. Dann, äh, durch Halten von Magnet, äh, kann die meisten Gegner heranziehen und halten. Große Gegner können ruckartig ins... Okay. Ähm. Füllt deine Machtanzeige mit... Oh, geil. Okay, das ist richtig heftig. Das ist auch gut. Wie viele haben wir hier? 5. Also 2. 5. Wow. Genau. Gut. Dann hier. Verlangsam. Ja, das, äh... Wirft sein... Uh! Wirft sein Lichtschwert. Das ist doch mal geil. In allen Bereichen. Okay. Was ist das? Wir... Warte. Äh... Was zum Henker? Ja, genau. Das ist das. Und das? Und das? Speziell... Ein spezieller Angriff, während er sein Lichtschwert wechselt. Wechselt hier. Warte so. Okay. Das... Das muss ich definitiv nochmal schauen, weil das habe ich noch nie gemacht. Okay. Also das da ist geil. Das da ist geil. Und hier ist alles geil. Okay, das will ich auch irgendwann mal machen. Aber ich glaube... Das da mache ich zuerst. Alter geil. Und dann, ähm... Das ist richtig gut. Dann bekomme ich, äh... Die Macht, äh... Sehr schnell wieder zurück. Dann ruhig mal aus. Weil ich brauche neue Gegner. Warte. Alter. Kann ich das auch mit einem? Ne. Da macht er das normale. Das normale. Ah, genau. Ich... Ich wollte noch schauen. Also... Einmal. Wahrscheinlich erwarte ich zu lange. Ne. Okay. Warte. Mit dem... Einmal. Lass mal... Lass mal das eine an. Mit dem geht das ganz normal. Ah, man muss... Okay. Einmal. Zweimal. Drei. Okay. Äh... Insgesamt dreimal. Okay. Alles klar. Gut. Und hier. Eins. Zwei. Drei. Okay. Alles geil. Da geht's auch. Gut. Genau. Jetzt wieder zurück. Und jetzt ist da alles grün. Das ist ja wunderbar. So. Gut. Dann. Aber das machen wir erst die nächste Runde. Gut. Danke fürs Zuschauen. Und ja. Bis dann. Bye-bye. Bis dann.